Eat it, Bitch! Oder doch nicht? Diesen blauen Burger zum Beispiel, würdet ihr den essen? Die Farbe Blau gilt generell als anti-appetitlich, vielleicht weil mich das an Schimmel erinnert. Ja, guck dir das doch mal an, ey. Sieht aus wie ein Chicken Burger aus dem Jahr 2011. Dieser Erden Chicken Burger ist erhältlich im japanischen Science Museum, eine Kooperation zwischen der BBC und der Sega. Ich meine, klar, schöner Gedanke, so ein Burger, der wie ein Globus aussieht, aber muss es denn blau sein? Es gibt auch genug, die zum Beispiel braun sind, so wie normale Burger halt. Boah, nee. Je öfter ich da hingucke, umso weniger könnte ich reinbeißen. Yikes. Fluppy out.